Hallo! Entschuldigung. Hey, Amateurfilmer? Ich meine, ihr dreht doch privat bestimmt knick-knack Amateurfilme. Da hab ich genau die richtige Kamera für euch. Und zwar... Die hier. Ist übrigens komplett abwaschbar, falls es euch interessiert. Und die macht Aufnahmen. Mein Lieber, schau dir das mal an. Oh ja. Oh, das ist doch mein süßes Gesicht. Ja, zeig mir dein Lächeln. Oh, ja. Pass auf, du filmst jetzt weiter und wir legen schon mal los. La la la, lasst euch nicht verarschen. Vor allem nicht beim Preis. Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd.